Daniela Katzenberger steht seit vielen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit und stellt immer wieder unter Beweis, dass sie keine naive Blondine, sondern eine gute Geschäftsfrau ist. Nun wurde auch das Geheimnis um das Vermögen des TV-Stars gelüftet. Daniela Katzenberger. TV-Auftritte, Bücher, Werbedeals am Anfang ihrer Karriere wurde Daniela Katzenberger kaum ernst genommen. Für viele Zuschauer galt sie lange Zeit als naive Blondine. Heute beweist sie allerdings das Gegenteil und zeigt allen, dass sie eine smarte Geschäftsfrau ist. Mit der Doku auf und davon, mein Auslandstagebuch, zog Daniela Katzenberger das erste Mal die Blicke auf sich. Aber auch bei Goodbye Deutschland. Die Auswanderer war sie häufiger zu sehen. Die Folgen mit ihr wurden echte Erfolge und steigerten die Einschaltquoten. 2010 erhielt sie dann sogar ihre eine eigene Doku-Soap unter dem Namen Daniela Katzenberger. Natürlich schön, die drei Jahre lang bei Vox zu sehen war. 2014 wurde die Zusammenarbeit fortgesetzt. Pro Folge soll Daniela Katzenberger rund 15.000 Euro an Gage erhalten haben. Eine weitere Einnahmequelle sind Danielas Werbespots, wie beispielsweise für die Telefonauskunft und den Möbel-Discounter-Poco. Darüber hinaus entwickelte die Blondine eine eigene Marke und bringt regelmäßig neue Produkte auf den Markt. Hier kennt die Katze keine Grenzen. Egal ob Schuhe, Beauty-Produkte oder Merchandising-Artikel, Daniela verkauft Massen über ihre Eigenmarke. Die Selbstvermarktungsstrategie funktioniert bestens. Auch ihre Bücher sind von großem Interesse. Ihre Autobiografie sei schlau. Stell dich dumm erreichte Daniela Katzenberger den Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Nicht das einzige Werk, das bei den Fans gut ankommt. Daniela Katzenberger – So reich ist die Katze Wie fermögenmagazin.de berichtet, soll sich das Vermögen von Daniela Katzenberger mittlerweile auf geschätzte 4 Millionen Euro belaufen. Eine beeindruckende Summe, über die sich der TV-Star freuen kann. Von ihrem Erfolg profitiert auch der Rest ihrer Familie. So konnte man am 4. Juni 2016 – Die Hochzeit von Daniela und Ehemann Lucas Cordalis live im TV bewundern. Die beiden erreichten eine Einschaltquote von über 10,2 Prozent. Ihre Schwester Jenny Frankenhauser nahm 2018 erfolgreich am RTL-Dschungelcamp teil. Des Weiteren profitierte auch die Mutter von Daniela und Jenny. Iris Klein, vom Ruhm ihrer Tochter. Genau wie Schwester Jenny ist auch sie als Influencerin aktiv. Nahm zudem an der 10. Staffel von Promi Big Brother teil.